Einen schönen guten Abend aus dem ausverkauften und stimmungsgeladenen Gerhard Harrabi-Stadion in Wien. Jelavitsch, der hat die erste Rennigke, und Kranke hat sich den, Kranke, Schuss von Kranke, und Tor, 5-0, Solo-Leistung von Hans Kranke. Head of the X, René Wagner, jetzt kann er sein Versprechen einlösen, und er tut es. Und Konzl hält, Konzl hält den Elfmeter. Geht sich das auf, und es steht, 5-0! Die Welt der X, René Wagner, jetzt kann er sein, Kranke, und Kranke, und Kranke, und Kranke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018